Friedhelm Funke ging nach dem letzten Coup einer perfekten englischen Woche freudestrahlend auf Kuschelkurs. Der 65 Jahre alte Trainer routinierherzte seine Assistenten, er drückte einen Spieler nach dem anderen an sich. Funke schwebte nach dem 1 zu 0, 0 zu 0, im Keller-Duell bei Hannover 96 kurz auf Wolke 7, doch Minuten später gab er schon wieder den Mana, es ist einfach großartig, was meine Mannschaft in der englischen Woche geleistet hat, sagte das Bundesliga-Urgestein, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir das vor der Woche so nicht erträumt. Düsseldorf, wochenlang letzter in der deutschen Elite-Klasse, ist plötzlich voll auf Kurs. Funke, wir sind endgültig in der Bundesliga angekommen, Pfannenstiel bringt Fortschuhn zurück nach dem 2 zu 0 gegen den SC Freiburg und dem 2 zu 1 Sensations-Coup gegen Borussia Dortmund ließ die Fortuna nun einen reifen Auftritt mit. Happy End durch den späten Treffer von Oliver Fink, 90. 2, bei schwachen 96ern Folgen, und sammelte damit in sieben Tagen so viele Punkte wie seit Saisonbeginn im August zuvor. Glücksbringer ist dabei der neue Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, der sich aber keine großen Verdienste an seiner hundertprozentigen Siegquote einräumt, jetzt haben wir 18 Punkte und uns eine sehr gute Ausgangsposition für die zweite Halbserie erarbeitet, sagte Pfannenstiel, wir können gut Weihnachten feiern, Funkel warnt, wir haben noch nicht erreicht. Gut, dass er auch Funkel so, hob aber im selben Atemzug schnell den warnenden Finger. Abheben ist nicht, nicht mit Funkel. Wir haben noch nichts erreicht. Wir bleiben demütig und bescheiden und mit beiden Beinen auf dem Boden, gab er klar die Marschroute vor, die er im Trainingslager in Marbella vom 5. bis 12. Januar auch wieder vorleben wird. Die Jungs werden in Spanien hart arbeiten müssen, Funkel betonte, dass es ein weiter Weg bis zum Klassenerhalt bleibe. In Hannover hatte sein Team immerhin bewiesen, dass es das Zeug dazu allemal hat. Sommerverpflichtungen wie Marcin Kaminski oder Kevin Stöger haben ihre Rolle im Funkelsystem gefunden, in seiner alten Heimat konnte auch Kenan Karaman überzeugen. Der Angreifer hatte eine von mehreren guten Chancen, 64., die der Aufsteiger noch nicht effizient genug nutzte. Wir müssen noch präziser sein, sagte Karaman. Ganz im Sinne von Mana Funkel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017